Merhoff, wichtiger 2 zu 0 Erfolg gegen Kaiserslautern. Du hast dein Tordebüt gegeben und schöner hätte dein erstes Tor für die Eintracht ja nicht sein können, oder? Ich glaube, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe schon schlechtere Dinge gemacht als heute. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Du bist jetzt seit vier Spielen für die Eintracht auf dem Platz. Du hast jedes Mal in der Startelf gestanden. Bist du zufrieden mit deinen Einsatzzeiten und mit dem, was du jetzt schon geleistet und gezeigt hast? Mit meinen Einsatzzeiten auf jeden Fall. Ich glaube, in den letzten Wochen habe ich ordentliche Spiele gezeigt, aber die letzten Sachen, also rund um den 16er, waren nicht so gut. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Ansonsten wurde ich sehr, sehr gut aufgenommen von den Jungs, vom Trainerteam. Ich glaube, ein Winterwechsel ist nicht so einfach. Aber wie man sich hier um mich gekümmert hat oder weiterhin kümmert, ist sehr gut und ich kann mich nur bedanken. Gegen Duisburg hatte man das Gefühl, dass die Mentalität eine ganz andere ist im Vergleich zu den Spielen gegen Jena und 1860. Konntet ihr das heute weiter fortführen? Ja, ich glaube, man sieht, wir haben ein bisschen was umgestellt. Wir fühlen uns da wohler. Natürlich hilft es, wenn Leute wie Fitz auf dem Platz stehen. Richtige Kampfschweine, das sieht man auch. Ich glaube, darauf gilt es aufzubauen. Marc, die Sieglos-Serie von sechs Spielen, endlich bezwungen das Zuhause. Was geht gerade denn hier vor? Ja, das ist natürlich ein schönes Gefühl, dass wir hier zu Hause endlich mal wieder gewonnen haben und auch zu Null gewonnen haben. Und ja, dieses Gefühl nehmen wir mit, genießen wir. Und so wie wir heute aufgetreten sind und jeder füreinander sich reingehauen hat, das soll der Weg für die nächsten Wochen sein. Merv Biancardi hat dich vorhin als Kampfschwein heute bezeichnet. Würdest du das unterschreiben? Ja, es ist ja bekannt, dass ich jetzt nicht der filigranste Fußballer bin. Ich mache das, was ich kann, um der Mannschaft zu helfen. Und ja, der Einsatz stimmt, glaube ich, meistens. Für dich war das der erste Startelf-Einsatz seit Magdeburg. Warst du überrascht, dass du jetzt von Beginn an direkt um 90 Minuten auf dem Platz gestanden hast? Ja, der Trainer hat mir frühzeitig Bescheid gesagt. Ich konnte mich darauf einstellen. Freut mich natürlich. Und dass wir gewonnen haben, ist natürlich dann umso schöner. An die Leistung der beiden Spiele kann man ja auf jeden Fall auch anknüpfen. Ja, habe ich ja gesagt. Dieses Gefühl, dass wir jetzt beim Tabellenführer einen Punkt mitgenommen haben, jetzt zu Hause zu Null gewonnen haben, das müssen wir mitnehmen und daran müssen wir anknüpfen. Und das soll der Weg sein für die nächsten Wochen, habe ich gesagt. Robin, die Sieglosserie von sechs Spielen wurde heute endlich beendet. Wie wichtig war heute der Sieg gegen Lautern? Ein enorm wichtig. Also für die ganze Mannschaft ist es natürlich super, hier mit einem Sieg vom Platz zu gehen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir defensiver stehen, dass wir dann gut kontern. Das haben wir dann auch gemacht und der Matchplan ist perfekt aufgegangen. Und darüber können wir uns jetzt riesig freuen. Anders als gegen Duisburg hast du von Anfang an gespielt, heute aber kein Tor geschossen. Bist du trotzdem zufrieden? Ja, solange wir gewinnen, brauche ich auch kein Tor zu schießen. Was war heute der Schlüssel zum Erfolg? Das Verteidigen, das kompromisslose Verteidigen. Wir haben kaum etwas zugelassen, keine Großchance von Lautern und daran müssen wir anknüpfen. Genau das macht unser Spiel aus, dass wir kompromisslos verteidigen, schnell nach vorne spielen und dann geht der Plan auf. Ja, so kann es weitergehen. Danke, Ziege. Gerne. Kiwi, 2-0 zu Hause gewonnen, ohne Gegentor geblieben und endlich auch eine kämpflich richtig starke Leistung gemacht. Was geht gerade denn hier vor? Ja, ich glaube wir alle sind gerade überglücklich, dass wir einfach unseren Matchplan durchgespielt haben, unseren Stiefel durchgespielt haben, dass wir zu null gespielt haben. Ich glaube das, was das Trainerteam uns vorgegeben hat, haben wir eigentlich 1 zu 1 umgesetzt und wir haben einfach alles rausgeholt, alles rausgehauen und dann bestreitest du die Spiele auch einfach erfolgreich. Kurz vor der Pause hast du mit einem satten Rechtsschutz dein erstes Tor für die Eintracht erzielt. Willst du jetzt zum Torjäger oder war das nur ein Sonderfall jetzt? Natürlich hoffe ich, dass ich noch ein, zwei Tore mehr schieße, aber ich bin natürlich glücklich, dass der Ball mir so vor die Füße gefallen ist und dann auch noch glücklich abgefälscht wurde. Aber ja, das Wichtigste ist einfach, dass wir zu null gewonnen haben, dass wir die drei Punkte hier behalten. Ja, deswegen bin ich natürlich überglücklich. Danke dir Kiwi, wir sehen uns später.